um kommt zu einem neuen Volk ab 4 3 heute mit eines ab geht's kommt schon wo die Party geht und heute treu Ja doch, ich hab nur Lötkolben, Digga. Scheiße, doch. Ach ne doch, ich hab C4, warte, 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 warte. Nach dem Update kann man jetzt ja auch hupen. Ne, das kommt immer noch euer doch, oder? Loll. Nice Update. Bisschen nass hier machen. Ey, updatee das jetzt nicht so, oder? Wieso bekomme ich die mit, dass er updatee? Weil du davor doch nicht da warst. Loll, okay. Wir haben den 1.2.000 Euro. Oh mein Gott. Perfekt. Ich will sagen, wir suchen ein paar Tags und dann sprengen wir einfach. Ja. Ob wir erstmal hier ein bisschen durchkommen. Ja. Wuhu. Ah, das kann man auch gemacht? Oh, heulich. Das ist ja das. Bams. Roadkill, Roadkill 2. Yeah. Ah, ha, ha, ha. Das ist doch einer. Oh my God. Oh fuck, ich bin so dumm und hab die Javelin in der Hand, ey. Ich bin angeschossen, scheiße, bin tot. Jupp. Ey, fail. So, mein Leute. Scheiße, ey. Ich spiel heut mit das Gar, aber irgendwie ist die voll scheiße. Ey, wollen wir mal mit Heli erstmal? Ey, lass mal ein Heli. Aber es ist egal, Heli ist jetzt schon besetzt. Sonst hätte ich gedacht, komm, lass später, wenn Heli frei ist, C4 dran machen, aussteigen und irgendwie in den Jet reinbringen lassen. Nein. Mach einfach jetzt nicht. Geh einfach rein. Wo du euch willst. Muss sein, Alter. Vielleicht schaffen wir's ja noch irgendwie an's hängen zu kommen. Olaaaaaa. So fällt jetzt das Wagen, dass ich das gefunden habe. Gefunden, Mann. Javelin ist das Skill. Sieg mal. Hä? Hä? Boah. Oh, ich. Spreng einfach mal. Ich hab irgendwie Bock auf eine Explosion. Wuhu. Baumsteiger. Komm, jetzt. Bauenen wir die. Ich hab ne MG dabei. Weil wir, weil ich dachte, wir trollen nur, Alter. Das ist noch bisschen früher morgen. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Tank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab den jetzt erst, ich hab den jetzt erst durchgeblickt, der der da am Tank ist. Scheiße. Wird mal sagen. Everyday und Javelin. Oh, da auch noch nicht. Wo ist die Sau? Wieso hab ich keine Javelin dabei? Ah ja, die ist ja bei Pionieren. Oh Mann. Die Tod, Scheiße. Guck du mal als Sunny rein, würde ich sagen. Ja, warte, wenn ich sterbe. Warte, kurz. Oh, hier kommt ein anderer mit Tank, die bei dem anderen Tank halt. Von unserem Team. Ach, ich will die, nein. Jetzt bauen wir die Lampen. Oh Scheiße! Everyday I'm Javelin! Da 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 da! Oh mein Gott! 8 Nils? Ja. Zum Beispiel wenn ich jetzt zum Teil zum... ...tank im Lauf, nicht ducke. Kann er mich dann sehen? Ja, es kommt drauf an. Aber wenn ich genau neben dem Tank bin. Also den Tank berühren. Weiß ich nicht. Nein, ja, es kommt nie eigentlich nicht. Schomete dich. Warte, ob es geht. Ja. Ne, warte, ich zeig dir was. Guck mal, ja, da muss ein C4 dran. Ah, ich hab kein C4 dabei, scheiße. Ja, ja. Beim Trollvideo, ne? Da legt der sich so hin, wartet, da geht der anderen Tank rein und stirbt. Ihr könnt euch mal... Ihr könnt auch mal mein neues Trollvideo auf meinem Kanal angucken. So, du lebst ja, Leute. Ja man, mach das mal. Das ist richtig geil, ey. Fünf Stunden sagen, ey, werfen mal Medipack her. Ja, ja. Gehen wir mal zur Bergspitze. Oh mein Gott. Ich glaub der, ich glaub der hätte mich jetzt gequillt. Oh Gott. Ja, aber ich bin doch da. Dann ist Schnibbo. Schnibbo, ja. Ja, SKS mal. Scheiß Schnibbo. Komm schnell weg, schnell weg. Einfach bisschen jumpen. Aber ich glaub das liegt hier auch am 64 Slots, wenn wir da hier so viele sind. Sind hier 46 Slots? Ja, der fühlt sich grad noch. Ja. Ja, fast 60 jetzt. Okay, wenn wir hier dann die Gegner finden, dann machen wir was Falsches. Äh, fail! Oh ne, ey, jetzt... Ey! Ich glaub ich muss jetzt erst... Da hab ich noch reingekillt, lol. Äh. 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 Mhm. Mhm. Wollen wir mal bei mir? Warum sonst in der Base zu morgen? Weil dann, ähm, Fahrzeug ist, womit wir überall hingelangen können. Achso, wir schon drinnen. Wollen wir? Geh mal zu, äh... Ja, geh einfach mal zu dem. Fuck. Lol. Es haut einen weg. Ja, weil wir unter Wasser sind. Achso... Loll... Achso, lol... Ja, dann fahr du mal. Irgendwann los. ja 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 die 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 gibt es nicht mehr wie geil ist das ja, du hast ja Alter, ich hab nicht was du hast deinen Kopf berührt, man oh, ich werd' angeschossen von vorne, direkt von vorne, man ja, mit dem Tod ich hab ihn, lol ah, hätte mir war auch noch einer, ey, wie fällt ey, wenn hier ein Sniper erlaubt ist, dann wird's jetzt ein bisschen übel dein Pumpgun dein Pumpgun ist doch viel besser nein aber die Pumpgun-Sniper ist eigentlich auch nicht schlecht, ey dann machen wir hier mal Nahkampf-Sniper nur bei Bergspitz ist es mal das hab ich hier als Sekundär pass auf, die müssten hier hängen, gleich hoch, komm ey, die sind aber richtig hoch vorne ist einer ey, die kann man kaufen, dann wollen sie ja, ja, ich seh die fail schießt du mal nicht drauf ja ah, ich hab Pump bekommen, lol fail, man, schalte einfach Achtung, wir haben einen feindlichen Panzer brauchst du Medipack? ja